Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei Uhrenfieber. Heute möchte ich euch mal wieder eine Uhr von San Martin vorstellen. Und zwar handelt es sich heute um die San Martin SN051. Das ist eine Hommage an die Omega Seamaster 300. Ja, eine ähnliche Uhr habe ich ja bereits vor einigen Wochen hier auf dem Kanal vorgestellt. Das war die Pagani Design YS005. Auch eine Hommage an die Omega Seamaster 300. Und ja, ich dachte mir, dass es sicherlich nochmal ganz spannend ist, die Variante von San Martin anzuschauen. Ich selber bin ja, wie ihr sicherlich wisst, ein großer San Martin Fan. Die Uhren sind natürlich immer etwas teurer als die Konkurrenzmodelle von Pagani Design oder Caddison oder anderen Herstellern. Aber die Qualität ist bei San Martin halt doch nochmal ein Stück darüber. Also das sind schon echt immer sehr, sehr schöne Uhren. Sind zwar aus China, aber das muss in dem Fall echt nichts Schlechtes heißen. Ja, die Uhr wollen wir uns heute also einmal gemeinsam anschauen. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Ja, ich habe die Uhr hier schon auf dem Tisch liegen. Geliefert wird sie in der typischen neuen San Martin Verpackung. Was ich ganz interessant fand, letztens hat einer geschrieben, sieht aus wie so ein altes Mercedes Ölfiltergehäuse. Ja, das stimmt tatsächlich. Hier kann man dann den Ölfilterschlüssel aufsetzen, auf diesem Sechskant hier. Ne, also das ist auf jeden Fall eine ganz interessante Verpackung. Finde ich ganz cool, dass San Martin da so ein eigenes Design gefunden hat. Man hat hier natürlich den üblichen Inhalt. Wir haben jetzt hier die entnommenen Bandlieder drin. Und San Martin typisch hat man auch eine Garantieanleitung mit einem Stempel dabei. Kann ich euch ja gerne nochmal einmal rausholen. Also Anleitung und Garantiekarte. Und die Garantiekarte ist bei San Martin halt ausgefüllt. Das finde ich super gut. Das zeigt halt immer, dass sich jemand die Uhr vorm Versand nochmal angeschaut hat. So, dass dann eventuelle Qualitätskontrollfehler aufgedeckt werden können. Ansonsten hat man hier das übliche Werkzeug drin, was bei San Martin auch eigentlich immer ganz hochwertig ausgefertigt ist. Und bei den neueren Uhren hat man dann auch immer so einen schönen kleinen Schlüsselanhänger dabei. Und auch der macht dann immer schon einen superwertigen Eindruck. Ist im Endeffekt die gleiche Verpackung und das gleiche Zubehör wie bei der San Martin Reto Diver, die ich ja letztens vorgestellt habe. Deswegen gehe ich jetzt hier auch gar nicht genauer ins Detail rein. So viel dazu. Ist übrigens auch nicht meine Uhr. Diese Uhr wurde mir mal wieder von einem treuen Zuschauer zugesendet. Vielen Dank dafür. Das ist immer ganz cool, wenn ich dann die Uhren zugeschickt bekomme. Dann kann ich sie vorstellen, ohne dass ich sie selber kaufen muss. Da freue ich mich immer sehr drüber. Ja, dann kommen wir mal zur Uhr an sich. Das ist also die SN-051, die Omega Seamaster 300 Hommage von San Martin. Und ja, so wie wir es eigentlich von den San Martin Uhren auch gewohnt sind, fühlt sich die Uhr direkt im ersten Moment schon super hochwertig an. Also die Uhr macht den Anschein, als würde sie über 1000 Euro kosten. Ich glaube, so kann man das schon ganz gut sagen. Also das fühlt sich alles sehr massiv und wertig an. Man muss dazu sagen, es ist dadurch auch eine sehr schwere Uhr. Also die ist wirklich aus dem Vollen geschnitzt. Man sieht das ja hier selbst an den Bandgliedern, die sind relativ dick. Und dadurch wiegt die Uhr im Komplettzustand, ich meine 177 Gramm. Mit den entnommenen Bandgliedern, passend aufs Handgelenk abgestimmt, liegt man dann meistens bei irgendwo 160 bis 170 Gramm. Also die Bandgliedern, die sind schon sehr schwer und sind wie gesagt sehr dick, aber auch super hochwertig. Also die Uhr wirkt halt einfach sehr, sehr wertig. Also hier fühlt sich nichts günstig an. Das finde ich bei diesen San Martin Uhren einfach immer beeindruckend. Preislich liegen wir hier übrigens ja ungefähr bei 250 Euro. Also definitiv keine günstige Uhr, das muss man dazu sagen. Das ist für so eine chinesische Uhr natürlich schon sehr viel Geld. Aber die Qualität stimmt dementsprechend halt auch. Also man bekommt hier echt eine sehr, sehr schön ausgearbeitete Uhr fürs Geld. Bevor ich jetzt hier auf die einzelnen Details zu sprechen komme, schauen wir uns erstmal, wie üblich, einmal die Gehäuseabmessung an. Wir haben ja an sich einen Gehäusedurchmesser von 30,5 Millimetern. Aber wie auch bei der Seamaster Hommage von Pagani Design, muss man hier beachten, dass die Lünette wieder ein Stück hervorsteht. Ich glaube, das könnt ihr aus diesem Blickwinkel sehen. Also das eigentliche Gehäuse ist doch ein kleines Stück schmaler als die Lünette. Und das Gehäuse hat somit 39,5 Millimeter, die Lünette aber 40,8 Millimeter. Insgesamt aber doch relativ klein, denke ich, und somit sehr angenehm zu tragen. Der Hornabstand beträgt 48 Millimeter, beziehungsweise wenn wir die letzten Bandlieder mit einberechnen, wenn wir das Band jetzt hier komplett runterklappen, dann steht der Bandanstoß hier, das ist ja so ein männliches Bandlied, sage ich mal, das letzte Anstoßstück, das steht halt so ein Stück ab. Und dadurch hat man hier dann, wenn man das jetzt mit einberechnet, einen Hornabstand von 52 Millimetern, habe ich gemessen. Ja, das ist dann nochmal ein ganzes Stück mehr. Wie gesagt, das Gehäuse an sich hat allerdings 48 Millimeter. Die Uhr ist 13,8 Millimeter dick. Dazu trägt dann auch das gebogene Saphirglas bei. Das seht ihr hier, das ist ja so ein bisschen gewölbt, ne. Das sieht übrigens schon wieder sehr gut aus. Hat übrigens auch ein Anti-Reflective Coating, also so eine Entspiegelungsbeschichtung drauf. Ja, so viel dazu. Das Band misst am Anstoß 21 Millimeter, also eine doch durchaus ungewöhnliche Bandgröße, verjüngt sich dann aber unten an der Schließe auf bis zu 18 Millimeter. Ja, das wäre es eigentlich auch schon zu den allgemeinen Abmessungen. Dann kommen wir mal auf die Ausstattung der Uhr zu sprechen, bevor wir uns dann die echt sehr, sehr gute Verarbeitung anschauen. Die Uhr ist mit einem Seiko NH35A-Werk ausgestattet. Ja, wer hätte es gedacht, der absolute Klassiker. Aber ganz ehrlich, damit macht man ja auch nichts falsch. St. Martin hat da ja zwar inzwischen schon einige bessere Werke, das PT 5000. Das gibt es, glaube ich, in der SN 051 noch nicht. Aber ich bin mit dem NH35A auch immer sehr, sehr zufrieden. Bin da bisher echt immer gut mit gefahren und finde, dass dieses Seiko-Werk da echt ein sehr, sehr gutes Werk ist und definitiv eine gute Wahl. Ja, dann haben wir eine Wasserdichtigkeit bei dieser Uhr von 200 Metern. Das kann ich euch auch nochmal hier vorne zeigen. Da steht es drauf. 200 Meter, wasserdicht auf dem Ziffernblatt. Wir haben dementsprechend eine verschraubte Krone. St. Martin typisch hier übrigens wieder ein butterweiches Gewinde. Ja, das sind so diese kleinen Details, wo sich dann dieser Hersteller doch von den anderen chinesischen Hommageherstellern nochmal ab ein bisschen unterscheidet. Also das fühlt sich schon alles sehr wertig an. Und der Gehäuseboden ist natürlich dementsprechend auch verschraubt. Und wo wir gerade schon beim Gehäuseboden sind, der sieht ja mal richtig, richtig gut aus, oder? Was meint ihr? Schreibt es gerne unten rein. Aber ich finde, dieser Gehäuseboden ist echt schon mal sehr, sehr gelungen. Wir haben hier also so einen Haifisch aufgedruckt und der steht echt ein ganzes Stück hervor. Ich glaube, das könnt ihr hier sehen. Also, ja, der Gehäuseboden ist super schön gemacht und gefällt mir echt hundertmal besser als ein Glasboden. Ich finde da inzwischen diese Glasböden fast schon langweilig, denn so ein Seiko NH35A-Werk, es ist echt ein tolles Werk, aber es ist natürlich jetzt nicht unbedingt super schön anzusehen. Es ist ja jetzt kein Manufakturmeisterwerk, was man sich den ganzen Tag anschauen möchte. Deswegen finde ich es eigentlich schöner, wenn man hier so ein kreatives Design drauf macht. Das macht Pagani Design ja inzwischen bei den meisten Uhren auch. Das finde ich auch gut. Aber hier natürlich dann doch nochmal eine Stufe drüber. Ja, das wollte ich auf jeden Fall einmal gesagt haben. Die Uhr an sich ist natürlich, wer hätte es anders gedacht, komplett aus 316L Edelstahl gefertigt. Und hier ist auch alles absolut massiv. Also die Bandanstöße sind natürlich massiv, die Bandglieder an sich sind massiv und die Glieder sind auch verschraubt, wie man es hier sehen kann. Und die Schrauben bzw. die Gewinde sind bei San Martin auch immer gut freigängig. Also das ist eigentlich auch besser als bei den Konkurrenzmodellen. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ja, die Schließe ist natürlich auch komplett massiv. Das seht ihr hier auch aus dickem Material. Sieht auch wieder super gut aus. Hier mit dem eingelassenen San Martin-Logo. Ich finde, das ist einfach so ein super hochwertiges Detail. Das habe ich ja bei der Review zu der Retro-Diver-Uhr von San Martin schon gesagt. Ich finde, diese Schließe ist aktuell so meine Lieblingsschließe. Ich finde, das sieht echt sehr, sehr hochwertig aus. Und auch dann dieses Detail, dass es an der Seite geschliffen ist, oben geschliffen ist, aber diese Kante anpoliert ist, das sieht echt sehr hochwertig aus. Das Band an sich hat auch überhaupt gar kein Spiel, wie ihr sehen könnt. Also das ist super, super hochwertig. Hier klappert halt auch nichts. Also, ja, wie gesagt, die Uhr fühlt sich einfach sehr, sehr wertig an. Das kann man gar nicht oft genug sagen. Ja, egal. Jetzt geht es weiter mit der Ausstattung. Ich schweife schon wieder ab. Wir haben hier ein Saphir-Glas verbaut. Das habe ich eben schon beschrieben. Das hat hier diese Entspiegelungsbeschichtung drauf. In manchen Blickwinkeln kann man das auch erkennen. Dann schimmert das so ein bisschen bläulich. Ich glaube, ja, ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr das jetzt gerade erahnen. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sehen kann. Aber man sieht hier so eine, ja, so eine kleine bläuliche Spiegelung. Das ist halt diese Entspiegelungsschicht. Dadurch, dass das Glas aber gewölbt ist, hat man trotzdem ein paar Spiegelungen drin. Jetzt seht ihr mich zum Beispiel hier hinter der Kamera gerade. Also ganz kriegt man die Spiegelung nicht raus. Aber das ist auch gar kein Problem. Das Saphir-Glas an sich sieht aber auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Wir haben hier in der Lunette natürlich ein Keramik-Inlay. Das ist auch super schön gemacht. Die Beschriftung auf der Lunette ist also hier eingelassen oder besser gesagt eingefräst. Auch alles in so einer Vintage-Farbe gehalten, passend zu der Beschriftung hier auf dem Ziffernblatt. Die Lunette hat ein sehr gutes Gefühl, ist relativ leichtgängig, würde ich sagen. Und San Martin typisch natürlich ohne Spiel. Ich meine, das erwartet man natürlich von diesem Hersteller auch. Die Passgenauigkeit ist super. Also man trifft hier auch ganz exakt den 12-Uhr-Punkt. Auch hier 3 Uhr, 9 Uhr, 6 Uhr. Das wird alles perfekt getroffen. Das könnt ihr sehen. Die Lunette hat natürlich 120 Klicks. Das ist ja auch immer gut. Es gibt da teilweise ja auch 60 und 90 Klick-Lunetten. 120 ist aber am besten, weil man so wie gesagt die Indexmarkierung optimal treffen kann in der Regel. Ja, das wäre es auch schon zur Ausstattung gewesen. Dann schauen wir uns jetzt mal die Verarbeitung im Detail an. Und hier könnt ihr euch sicherlich schon denken, kann ich die Uhr eigentlich nur loben? Ich habe mir die Uhr jetzt hier echt im Detail angeschaut und kann überhaupt nichts feststellen, wo ich meckern könnte. Das Einzige, was natürlich so ein bisschen Geschmackssache ist, wo ihr ja wisst, wo ich jetzt selber kein großer Fan von bin, sind die doch sehr vielen Hochglanzflächen. Wir haben auf der Gehäuseoberseite hier vieles in Hochglanz gehalten. Also die Hörneroberseiten sind komplett in Hochglanz. Dann ist das Band ja, also die äußeren Glieder. Das Band ist ja dreigliedrig. Und die beiden jeweils äußeren Glieder sind auch in Hochglanz poliert. Und ja, dadurch hat man natürlich schon viele Hochglanzflächen. Der Nachteil davon sind natürlich Fingerabdrücke, also wieder ein klassischer Fingerabdruckmagnet. Und man hat natürlich die Gefahr, dass man schnell Mikrokratzer drauf kriegt, die man allerdings aus so einem 316 Edelstahl auch ganz gut rauspolieren kann. Also das ist jetzt kein Weltuntergang. Aber ist natürlich ganz klar empfindlicher als eine Oberfläche, die gebürstet oder geschliffen ist. An der Seite haben wir dann Schliff. San Martin typisch sehr, sehr fein geschliffen. Also, das seht ihr hier, das ist ja echt immer ein sehr, sehr feiner Schliff. Das gefällt mir sehr gut. Wenn wir jetzt gerade in diesem Blickwinkel sind, dann können wir uns auch die Lunette anschauen. Die ist auch echt sehr hochwertig ausgearbeitet. Hier gibt es überhaupt keine Verarbeitungsspuren oder ähnliches. Auch hier haben wir dann nochmal diesen Hochglanzrand drin, bevor dann die Riffelung der Lunette an sich kommt. Und obendrauf auf der Lunette haben wir ja auch den Keramik-Inlay und dann zum Glas hin, zur Mitte hin auch nochmal diesen Hochglanzrand. Das haben wir uns ja auch bei der Pagani Design letztens, bei der YS-005 schon angeschaut. Und das ist jetzt hier bei der San Martin natürlich alles wieder sehr, sehr gut ausgearbeitet. Ja, dann schauen wir uns nochmal einmal die Krone an. Auf der Krone haben wir wieder das typische San Martin-Logo. Das ist ja das typische S. Auch das finde ich ist super schön gemacht. Ist auch ein ganzes Stück erhaben. Also, das steht wieder ein ganzes Stück raus. Ähnlich wie hier unten der Hai auf dem Gehäuseboden. Ja, also echt insgesamt, ich kann es nochmal sagen, eine sehr, sehr schöne Uhr. Auch wenn wir sehr viele Glanzflächen haben, wo ich ja eigentlich persönlich nicht so ein Riesenfan von bin, muss ich sagen, dass mir dieses Modell doch sehr, sehr gut gefällt. Also, wer da auf der Suche nach so einer Omega C Master 300 Hommage ist, der findet hier echt eine sehr, sehr gute Uhr, ist auf jeden Fall nochmal ein ganzes Stück hochwertiger als die Pagani Design. Die Pagani Design ist auch echt super gemacht, aber die San Martin ist auf jeden Fall nochmal ein Stück besser. Wobei man natürlich sagen muss, die Uhr kostet auch gute 100, 120 Euro mehr. Also, das darf man nicht missachten. Kostet also somit quasi das Doppelte von der Pagani Design. Und da muss man natürlich auch mehr erwarten. Das ist ganz klar. Ja, jetzt würde ich sagen, setze ich die Uhr doch einmal auf. Was ich übrigens auch noch erwähnen kann, das habe ich eben, glaube ich, vergessen. Wir haben hier vier Micro Adjustments, das finde ich auch immer gut. So sollte man eigentlich für jeden Handgelenksumfang die passende Größe finden. So, ich setze die Uhr einmal auf. Wundert euch nicht, die Uhr ist für mich persönlich einen kleinen Ticken zu groß. Aber da die Uhr, wie gesagt, eine Leihgabe ist, wollte ich jetzt hier nicht die Bandlieder rausnehmen, nicht, dass ich da noch was verkratze oder so. Deswegen tragen wir die Uhr einmal so. Aber im Großen und Ganzen könnt ihr schon sehen, wie die Uhr am Handgelenk sitzt. Wie gesagt, ein Gehäusedurchmesser von ungefähr 40 Millimetern. Das ist doch auf jeden Fall gut passend. Hornabstand von 48 Millimetern ist auch nicht zu groß. Und was ich persönlich ganz schön finde, das ist jetzt ja eher nicht San Margin zuzuschreiben, sondern Omega, dem Hersteller des Vorbildes. Das Schöne ist, dass die Hörner hier schön schmal zulaufen. Das finde ich vom Design her auf jeden Fall ziemlich elegant. Und so natürlich wieder eine super hochwertige Uhr. Habe ich ja eingangs schon gesagt. Sieht nochmal deutlich teurer aus als 250 Euro. Also das ist schon echt ein sehr, sehr wertiger Zeitmesser. Ja, dann wie versprochen noch ein kleiner Test der Leuchtmasse. Ich hole wie immer einmal meine UV-Lampe raus. Also wir sehen schon, es ist auf der Uhr eigentlich alles beleuchtet. Es ist sowohl die Indizierung auf dem Ziffernblatt als auch die Indexmarkierung auf der Lünette mit Leuchtmasse ausgestattet. Und wir haben bei dieser Uhr eine sehr, sehr gute Leuchtmasse, nämlich die Superluminova C3. Das ist eine super Leuchtmasse. Also Leuchtmasse, ja, funktioniert sehr, sehr gut. Ich habe jetzt die UV-Lampe weggehalten und man kann immer noch alles sehr, sehr gut ablesen. Und ihr müsst ja, wie gesagt, bedenken, dass meine Kamera in der Dunkelheit immer so ein paar kleine Probleme hat. Also im echten Leben sieht es nochmal deutlich besser und heller aus als auf dem Kamerabild. Also die Leuchtmasse ist auf jeden Fall wieder sehr, sehr zu überzeugen. Ich finde das übrigens immer schön, wenn die Lünette beleuchtet ist. Das muss man jetzt nicht unbedingt haben. Aber es ist ja, abgesehen von der Funktionalität, einfach im Dunkeln schön anzusehen. Wenn man die Uhr dann am Handgelenk trägt und dann so eine starke Leuchtmasse hat, auch mit beleuchteter Lünette, das sieht doch dann immer doch sehr, sehr interessant aus. Ne, also da kann man sich auf keinen Fall beschweren, wieder eine sehr, sehr gute Leuchtmasse. Da weiß diese Uhr auf jeden Fall auch zu überzeugen. Ja, das war es zum Thema Leuchtmasse. Dann sehen wir uns nochmal bei einem ganz kurzen Fazit wieder. So, das soll es dann auch schon wieder zur Vorstellung der San Martin SN051 gewesen sein. Also ihr habt es wieder raushören können. Eine sehr, sehr überzeugende Uhr, die natürlich schon einen etwas höheren Preis hat, der aber am Ende des Tages meiner Meinung nach auch absolut gerechtfertigt ist. Ja, ein echt schöner Zeitmesser. Ich persönlich mag ja diese Vintage-Optik sehr gerne. Ich trage ja übrigens nach wie vor die Retro-Diver-Uhr von San Martin sehr, sehr oft. Das ist eigentlich so die Uhr, die ich im Moment am meisten trage. Gefällt mir auch sehr gut. Und hier haben wir natürlich ein sehr ähnliches Design. Auch wieder mit dieser Vintage-Leuchtmassen-Optik ausgestattet. Aus Ziffernblatt bin ich jetzt übrigens noch gar nicht groß zu sprechen gekommen. Ja, das ist ja ähnlich wie bei dem Review zur entsprechenden Pagani-Design. Sehr ähnlich gehalten. Wir haben ja dann hier wieder verschiedene Ebenen. Also die 12, 3, 6 und 9. Die Ziffern sind eingelassen. Die sitzen also etwas unter dem Ziffernblatt. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Und ansonsten ist das Ganze natürlich relativ simpel gehalten. Also wir haben hier oben diesen San Martin-Schriftzug in Schreibschrift. Das finde ich auch super passend, passend zu dieser Vintage-Optik. Unten ist nochmal die Wasserdichtigkeit vermerkt. Und dann haben wir nochmal einen Hinweis auf das Automatikwerk. Und sonst haben wir jetzt hier auch gar nicht viel auf dem Ziffernblatt drauf. Die Zeiger haben auch eine sehr gute Länge. Was ja ganz interessant ist, ist hier der Sekundenzeiger, wo hier der Punkt quasi auf der anderen Seite ist. Normalerweise kennt man es ja, dass der Leuchtmassenpunkt weiter oben sitzt. Aber das ist beim Original, bei der Omega C Master 300 tatsächlich genauso. Hat mich erst gewundert, wusste ich gar nicht. Aber ist ja eigentlich ein ganz nettes Detail. Ja, also insgesamt echt eine sehr, sehr schöne Uhr. Schreibt eure Meinung wie immer gerne in die Kommentare. Ich denke, dass ich in nächster Zeit mir noch die ein oder andere weitere San Martin-Uhr angucken möchte. Ich finde, dass die Uhren echt überzeugen. Das sind echt immer sehr, sehr schöne Zeitmesser. San Martin ist da doch ein echt guter Hersteller. Ja, das war's für dieses Video. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Video hier bei Uhrenfieber. Ich kann euch ja schon mal so einen kleinen Teaser geben. Vielleicht ganz interessant. Eine Uhr, die demnächst auch noch hier ihren Auftritt auf dem Kanal finden wird, ist diese Seiko SRPE 51K1. Die gute Dress KX. Auch eine super geniale Uhr habe ich jetzt schon seit einigen Tagen hier liegen. Auch schon oft getragen. Die wird es demnächst auch mal ins Video schaffen. So viel dazu. Ja, mehr will ich gar nicht sagen. Ich bedanke mich wie gesagt fürs Zusehen. Und bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.